Peter Spuhler, Sie sind CEO, Verwaltungsratspräsident und auch Inhaber der Stadlererl. Sie haben immer gewarnt von so einem Brexit. Das ist natürlich verheerend, wenn der Franken sich aufwertet nach einer Abstimmung in Grossbritannien. Das ist auch tatsächlich geschehen. Wir hatten fast 1,06 Euro gegenüber den Euro der Franken. Dann hat die Nationalbank interveniert, als der Franken wieder auf 1,08 kam. Wie tun Sie die Währungssituation momentan beurteilen? Wir haben jetzt zwei Währungsverwerfungen erlebt. Angefangen hat es 2011, 2012, die erste und dann am 15. Januar 2015 mit der Aufhebung des Mindestkurses der Nationalbank die zweite Welle. Jetzt hat man langsam wieder ein bisschen zu Atmen gehabt. Und jetzt kommt der Brexit, der natürlich nochmal eine grosse Verunsicherung auslöst. Und wir wissen im Moment alle nicht, in welche Richtung es geht. Wie weit das überhaupt in der EU bereit ist und in der Lage ist, sich zu reformieren und die politischen Probleme, die entstanden sind, auch zu korrigieren. Die Stadlererl ist ja sehr empfindlich auf so Währungsschwankungen. Sie haben einen Umsatzanteil von 90% in Europa, also sehr abhängig von dem Schweizer Franken-Euro-Kurs. Was meinen Sie, wie lange wird der neue Druck jetzt auf den Franken anhalten? Wir haben jetzt eben 2,08, das könnte aber wieder extrem schnell ändern. Ja gut, wir haben nach wie vor von den 7'000 Mitarbeitern 3'000 in der Schweiz und es geht die Hälfte bis zwei Drittel von der Produktionsleistung Schweiz geht in Export. Also wir sind abhängig, wir sind natürlich auch in dem Sinn verletzlich. Und wie weit das das Problem wird, das kommt jetzt darauf an, was passiert. Es ist natürlich auch die grosse Frage, wie verhalten sich die Kaufkraftparität? Es ist ja nicht per se das Problem vom Kurs allein, sondern das eben die Kaufkraftparitätskurven und die Kurskurven Euro-Franken sehr weit auseinanderliehen. Und das gibt natürlich das Problem. Wir können durchaus mit einem Kurs von 1,10 leben, wenn die Kaufkraftparität eben auch dort ist. Aber das ist sie momentan nicht. Sie ist irgendwo bei 1,4,25 und das gibt den Aufwertungsdruck und die Kostenprobleme, die wir noch haben können. Sie haben sich ja auch im ganzen letzten jährigen Geschäftsjahr so leicht darauf einstellen, auf die 1,10 im Schnitt. So jetzt mittel- und längerfristig könnten Sie mit einem Kurs von 1,08 leben, bitte, Stadleröl? Ja gut, die Frage ist, unter welchen Bedingungen. Ich meine, wir haben zurzeit auch in den Schweizerwerken relativ eine gute Auslastungssituation. Wir verdienen einfach dadurch, dass wir die Preise runternehmen müssen, um einigermassen konkurrenzfähig zu bleiben im Ausland, halt einfach zu wenig Marschen. Und in so einer Situation kann man mal eine gewisse Zeitdauer durchstehen, aber irgendwann muss man dann natürlich die Marschen wieder verbessern können, auch um wieder Innovationen zu betreiben, entsprechende Entwicklungen zu machen, auch zu investieren in die Produktion, in die Effizienz der Firma. Und da hoffen wir natürlich schon, dass das jetzt nicht eine ewige Zeit wird, die Situation, die wir jetzt vor uns haben. Peter Spöler, Messersprüche. Peter Spöler, Messersprüche. Peter Spöler, Messersprüche. Untertitelung des ZDF, 2020